Wenn wir hier die Technologien erforschen, die unser tägliches Leben bestimmen, vernetzen und erleichtern. Weil die Energiesysteme der Zukunft eine Herausforderung für uns alle sind. Weil wir enge Kontakte zu den Lehrenden haben, optimal betreut werden und bereits früh mit der Industrie zusammenarbeiten. Deshalb solltest auch du Elektrotechnik in Tirol studieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Vielen Dank.